Hi Leute, hier ist Hike Hab Christian. Ich habe relativ viele Fragen dazu bekommen, welchen Instant Pot man sich denn jetzt kaufen soll. Es gibt zwei Modelle, es gibt den Instant Pot Luxe und es gibt den Instant Pot Duo. Und einige Leute sind sich halt nicht so ganz klar, was die Unterschiede zwischen den zwei Modellen sind und ob sich der Aufpreis für den Instant Pot Duo im Vergleich zu Instant Pot Luxe lohnt. Und das wollte ich in diesem Video einmal angehen. Also wie ich bereits erwähnt habe, es gibt in Deutschland zwei Modelle, in den USA gibt es mehr, ich glaube inzwischen fünf oder sechs. Und wir in der 220 Volt Region hängen aber so ein bisschen hinterher und deshalb gibt es bei uns nur zwei. Es gibt den Instant Pot Luxe, das ist quasi das Einsteigermodell, das es am längsten gibt. Und es gibt den Instant Pot Duo, der ist glaube ich 2014 oder 2015 in Deutschland auf den Markt gekommen. Und ja, das ist das etwas teurere Modell, was aber auch mehr Funktionen hat. Übrigens, wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt euch einen Instant Pot aus den USA bestellen. Nein, das funktioniert nicht, dann macht es eventuell Bumm in der Küche. Das habe ich in diesem Video hier erläutert. Vorab gesagt, es ist so, dass alles, was der Instant Pot Luxe kann, kann auch der Instant Pot Duo. Der Instant Pot Duo hat nur im Vergleich zum Luxe einige Funktionen mehr. Der Instant Pot Luxe hat insgesamt sechs Funktionen. Die Funktion, die beim Instant Pot Duo dazukommt, ist die Joghurtmachfunktion. Wenn ihr also niemals in eurem Leben jemals Joghurt machen wolltet, dann würde das schon mal etwas mehr für den Instant Pot Luxe sprechen. Es gibt aber andere Funktionen, die der Instant Pot Duo hat, die jetzt nicht unbedingt irgendwelche neuen Programme sind, die das Gerät kann, sondern einfach so ganz kleine Features, die das ganze Erlebnis und das ganze Kochen damit aber sehr viel einfacher und angenehmer machen, wie ich finde. Der erste große Unterschied ist der Deckel. Der Deckel beim Instant Pot Luxe ist einfach nur ein Deckel und wenn man den halt abmachen möchte, muss man den vom Instant Pot entfernen und dann halt irgendwo hinlegen, wo gerade Platz ist. Der Instant Pot Duo hat an den beiden Seiten vom Deckel so eine kleine Ausstülpung, sage ich mal. Und dann kann man den Deckel quasi noch ganz normal öffnen, abdrehen und dann so senkrecht in den Pot stellen. Beziehungsweise nicht in den Pot stellen, sondern die Griffe vom Pot haben Löcher, wo man den Deckel dann reinstellen kann. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch, wenn man den Deckel nur mal eben kurz aufmachen möchte. Und dann muss man halt nicht gucken, wo man ihn hinlegt oder so, weil mir liegt der Deckel irgendwie ständig auf dem Boden. Und ja, das ist am Instant Pot Duo definitiv viel besser geregelt. Was am Duo auch besser geregelt ist, ist die ganze Sache mit dem Piepsen. Der Instant Pot piepst, wenn er beginnt, ein Programm auszuführen, wenn er fertig ist. Und das kann, wenn man, sagen wir mal, so wie ich gerne koche, um 23 Uhr kocht, dann muss ich den Instant Pot immer möglichst schnell vom Stromnetz nehmen, weil ich denke, dass ich meine Nachbarn damit aufwecke. Und beim Instant Pot Duo kann man den Ton ganz einfach ausstellen. Wenn ein Programm im Instant Pot Lux zu Ende geht, dann geht der automatisch in den Keep-Worm-Modus. Der geht dann so, ich glaube, 24 Stunden oder so maximal. Das heißt, das Essen wird warm gehalten. Das ist an sich eine ganz praktische Funktion, aber manchmal möchte man das nicht. Manchmal möchte ich einfach irgendwas kochen haben, dann möchte man das kühl haben, wenn man dann wiederkommt. Und das kann man mit dem Instant Pot Duo machen. Bei dem kann man nämlich diesen obligatorischen Warmhaltemodus vor Beginn des Programms ausstellen. Und dann schaltet der Instant Pot sich ganz einfach ab, wenn er fertig ist mit Kochen. Und das Essen wird dann irgendwann kalt. Das möchte man ja manchmal einfach. Das kann man beim Instant Pot Lux nicht machen. Was für einiges Gemüse, was manchmal ziemlich delikat sein kann, auch wichtig ist, ist ein Modus, in dem man den Druck reduzieren kann. Der Instant Pot Duo kann auf zwei Druckstufen kochen. Die höhere entspricht dabei quasi der einzigen Druckstufe vom Instant Pot Lux. Und dann gibt es noch eine niedrigere, was zum Beispiel für solche Sachen wie Brokkoli oder so etwas praktischer sein kann, weil der dann nicht so schnell matschig wird. Also das wäre auch eine Überlegung wert. Ich muss sagen, für mich persönlich, wenn ich jetzt keinen Instant Pot bereits hätte, ich habe einen Instant Pot Lux. Und ich sehe mich gerade nicht in der Position, dass ich deshalb extra auf den Instant Pot Duo upgraden würde. Aber wenn ich keinen Instant Pot hätte, dann würde ich eigentlich schon jedem zum Instant Pot Duo raten. Weil das sind zwar 40 Euro, die man dann einmal mehr bezahlt, aber es macht es wirklich sehr viel angenehmer. Das ist einfach mein persönlicher Rat. Aber wenn euch das Piepsen nicht stört, wenn ihr keinen Joghurt machen wollt, wenn ihr immer Platz habt, um den Deckel abzulegen, wenn es euch nicht stört, dass der Warmhaltemodus automatisch angeht nach Beendigung des Programms, dann würde ich aber auch keinen Grund sehen, warum ihr dann den Aufpreis zahlen solltet. Ich würde nur sagen, für mich persönlich würde ich sagen, dass sich der Aufpreis lohnen würde. Ich hoffe, das hat es etwas klarer gemacht, was die Instant Pot Modelle anbelangt. Und nochmal wirklich, nehmt den wahren Hinweis von mir ernst, ihr könnt nicht einfach einen Instant Pot in den USA bestellen. Weil ich sehe irgendeinen, der das jetzt nicht gehört hat und der bestellt sich dann einen Instant Pot in den USA. Funktioniert der zu Hause nicht oder er macht Bumm und das wollen wir alle nicht. Dementsprechend die einzigen Outlets, wo ihr wirklich einen Instant Pot in Deutschland kaufen könnt, ist Amazon. oder es ist der Instant Pot Shop von dem Vereinigten Königreich, also instantpot.co.uk und aber der läuft auch über Amazon. Also im Prinzip ist Amazon wirklich die einzige Möglichkeit. Ich habe euch die Links in die Beschreibung von diesem Video gepackt, dann könnt ihr direkt vergleichen. Manchmal funktionieren die Links nicht, weil dann der Instant Pot manchmal einfach nicht verfügbar ist bei Amazon. Dann wird der quasi rausgenommen und in aller Regel sollten die Links aber funktionieren. Was auch zu beachten ist, bei Amazon gibt es ja manchmal diesen Cyber Monday. Dann ist der Instant Pot Duo reduziert auf meistens 99 Euro und dann ist die Differenz zum Instant Pot Luxe nur noch 10 Euro. Also wird sich das dann auch lohnen, wenn ihr vielleicht ein bisschen abwarten wollt. Aber wenn ihr nicht abwarten wollt, klickt den Link unter diesem Video an. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch etwas gebracht. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich hier gerne abonnieren oder andere Videos von mir gucken, die ich bereits gedreht habe. Und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!